Moin und Willkommen bei Deinlets Kramladen. Heute wieder ein kleines und kurzes Video und zwar geht es um eine Leistungsmessung von einer Didi Audio M4000 ganz frisch aus dem Karton. Ich möchte einfach mal prüfen ob die Angaben von Digital Designs soweit hinhauen und habe dazu eine kleine Teststation aufgebaut. In Zukunft wird es hier öfters ein paar AmpDino Videos geben, allerdings kurz und knackig. Da gibt es halt nicht viel zu reden. Aber bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal den generellen Aufbau. Fangen wir mal mit der Stromversorgung an. Hier in der kleinen Kiste sind 12 LTO Zellen von YinLong, also genau 80 Ampere Stunden. Hier ein selbstgebautes Voltmeter, welches auch den Minimalwert quasi aufnimmt. Das heißt, ich kann dann halt nachverträglich schön nachvollziehen, wie breit meine Spannung eingebrochen ist. Natürlich das Ganze entsprechend abgesichert. Wir haben hier alles in 50 Quadrat Kabel bis auf, hier hinten, ist ein 120 Ampere Netzteil, 230 Volt auf 12 Volt von Expert. Ich verlinke euch das, wenn ihr Interesse habt, wo ihr das kaufen könnt. Und das läuft über eine 100 Ampere Sicherung und momentan sind zwei 400 Ampere Sicherungen drin für die Absicherung der Endstufe. Und das Ganze haben wir hier auch noch mal Minus, logischerweise. Und die Kleinkabel versorgen die Signalquelle und mein Widerstand. Ja, als nächstes kommen wir zu der Last. Die Last ist auch selbst gebaut. Und zwar sind da drin viele, viele 100 Watt Widerstände parallel und in Reihe geschaltet. Und ich kann über ein Menü und einen Taster, kann ich quasi hier wählen. Momentan habe ich viermal 1 Ohm mit einer Belastbarkeit von 1600 Watt. Wenn ich die jeweils zwei Ausgänge, also das sind ja, hier ist ein paar, hier ist ein paar, hier ist ein Widerstand, hier ist ein Widerstand. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die und die in Serie schalte, dann hätte ich 2x2 Ohm mit einer Belastbarkeit von 3200 Watt. Und auch hier noch mal kann ich mir die Batteriespannung anzeigen lassen und ich kann hier quasi mit Hilfe des Tasters und der Relais genau auswählen, was ich für eine Konfiguration haben will. Also das zeigt mir immer, die in der ersten Zeile, wenn ich zum Beispiel den Vierkanal messen würde, hätte ich hier 4x2 Ohm Last mit jeweils 800 Watt Belastbarkeit. Ja, das Ganze wird aktiv gekühlt, hat aber auch ordentlich Kühlfläche. Das ist wichtig, weil ja natürlich im Endeffekt die zugeführte Leistung in Hitze umgesetzt wird von den Widerständen. Ich habe hier den Testprobanden, ich sagte ja gerade schon eine M4000 von Didi Audio, die ist gerade aus dem Karton gekommen. Ich habe hier noch mal die Fernbedienung und hier ein Sony Radio als Quelle, welche ein 50 Hertz Sinussignal mit 0 dB, also voll ausgepegelt, abspielt. Die Messung selber mache ich nicht mit irgendwelchen LEDs, sondern da vertraue ich auf ein Oszilloskop. Das zeigt momentan gar nichts an. Ich kann mal kurz aufdrehen. Man sieht hier schön, wie der Sinus kommt und dann wird der Bildschirm eingefroren und ich kann ganz bequem hier unten ablesen, was er mir für eine Ausgangsspannung rausschmeißt. RMS wohlgemerkt, also ich muss da nichts mehr umrechnen. Und daraus kann ich dann die Leistung errechnen und zwar die RMS Spannung zum Quadrat geteilt durch den Widerstand und dann habe ich die Leistung. Das heißt, ich brauche kein Strom messen, weil der Widerstand bekannt ist und die Spannung bekannt ist. Die RMS Spannung kann ich dann ganz bequem die Ausgangsleistung der Endstufe berechnen. Vielleicht was noch wichtig ist oder interessant ist, in diesem Fall drehe ich quasi die Spannungsanzeige so weit hoch. Ich zeige das jetzt einfach mal, bis die Clipping-LED angeht. So, jetzt ist sie an. So, und jetzt würde ich quasi die Leistung oder das Bild vom Oszilloskop einfrieren, die Lautstärke wieder reduzieren und ganz bequem ablesen. Das heißt, bei mir geht es jetzt nicht um die Verzerrung, THD, dies, das, sondern einfach nur an der Grenze zum Clipping, also bevor die Clipping-Lampe angeht, beziehungsweise bevor der Sinus hier oben unscharf wird. Man sieht das, jetzt clippt es und man sieht auch gleich, dass er am Rumfrickeln ist da oben. Und das will man natürlich nicht, auch wenn es beim Rummen 1, 2, 3, 4 Zehntel dB mehr bringt, aber es geht ja um die saubere Leistung und nicht das, was sie geklippt rausbringt. Und von daher, wenn sie anfängt zu klippen, drehe ich wieder ein Stück zurück und ermittle die Leistung und mit einer kleinen Excel-Tabelle rechne ich das dann aus. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ich verkabel das und wir gehen von 4 Ohm nach 1 Ohm dann runter. Ich bin jetzt in dem Betriebsmodus, wo man zwei Widerstandsbänke in Reihe schaltet, um 4 Ohm zu erzeugen. Und man sieht es hier, Plus kommt von der Endstufe, hier ist Minus, dann gehe ich wieder auf Plus und von Minus geht es dann wieder zurück zur Endstufe, also quasi wie wenn man zwei Schwingspulen in Reihe schalten würde. Ich resette mal meinen Min-Max-Speicher, so und jetzt drehe ich einfach mal auf, bis die Clipping-Lampe angeht. Das Rauschen sind die Lüfter, hier wird auch ein bisschen Wärme erzeugt. Jetzt habe ich hier den Sinus, bevor er clippt, 50,42 Hertz, ja es ist ein 50 Hertz Sinuston, ich habe 76,15 Volt und meine Stromversorgung ist ziemlich stabil geblieben, die ist auf 14,2 Volt, also 0,2 Volt eingebrochen. So und jetzt rechnen wir das mal kurz aus und ich blende das dann ein. Die nächste Messung steht an, ich resette oder ich hebe das eingefrorene Display auf, werde hier das auch zurücksetzen und ich wähle eine andere Betriebsart, gerade waren wir ja in Serie bei 4 Ohm, zack, jetzt hat er intern die Relais umgeschaltet und jetzt sind wir bei 2 Ohm und einer Belastbarkeit von 3200 Watt. Ich check nochmal kurz die Lautstärke, so 30, also bis 40 ist der Ausgang clippingfrei, das habe ich ausprobiert, damit natürlich kein clippendes Signal schon in die Endstufe reinkommt, das heißt bei 40 ist er noch ein sauberer Sinus vom Radio, bei 41 nicht mehr, deswegen bin ich bei 30 und den Rest mache ich mit dem Gain und jetzt drehe ich wieder hoch, zack und wieder senken und wir haben dieses Mal und auch hier die Spannung ist auf um 0,4 Volt auf Blatt 14 Volt eingesackt, das ist okay jetzt resetten wir wieder und ich baue nochmal um auf 1 Ohm so, ich muss mal gucken, hier macht es 1 Ohm und jetzt baue ich nochmal kurz auf 1 Ohm um das heißt, ich nehme die Brücke raus und kann euch das mal kurz zeigen so, zack, die Brücke ist raus und dann gehen wir mal hier rüber wie gesagt, ich könnte jetzt viermal oder vier Endstufenkanäle mit 1600 Watt an 1 Ohm testen es geht auch ein bisschen mehr weil die ja aktiv gekühlt sind, die Widerstände wir hatten ja auch schon mal eine PA-Endstufe dran die irgendwie viermal 2,5 kW gemacht hat das hat der Widerstand ganz gut auch verkraftet und jetzt machen wir die letzte Messung das heißt, wir sind jetzt an 1 Ohm das Voltmeter ist zurückgestellt den heben wir auf jetzt kommt noch mal die Messung an 1 Ohm zack runterfahren und Spannung ist abgesackt auf 13,7 kommen wir zum Fazit ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Prüfstand so wie ich mir das ausgedacht habe hat das alles sehr gut funktioniert die LTO-Akkus haben Strom geliefert wie sie sollen der Widerstand hat auch die Leistung oder die Belastung klaglos weggesteckt außer dass natürlich entsprechend Wärme entstanden ist und die gemessenen Leistungen stimmen sehr gut mit dem überein, was Digital Designs angibt bei 14,4 Volt ich blende das einfach mal jetzt hier ein, damit man den direkten Vergleich hat und ja das passt 14,4 Volt ist ein realistischer Wert wenn die Batterien vernünftig geladen sind wenn die Lichtmaschine mitspielt also das ist im Auto machbar schauen wir mal was so noch alles auf meinem Tisch landet ähm es ist natürlich auch eine Frage der Leistung weil ich kann mit 80 Ampere Stunden LTO natürlich jetzt keine 15, 16, 17 kW Endstufen messen das macht keinen Sinn die können nicht die volle Leistung bringen, weil die Spannung zusammenklappen wird von daher ja schauen wir mal was kommt und wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare Anregung, Kritik nochmal ganz deutlich das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, den ich hier verfolge sondern es geht darum ähm an der Grenze zum Clipping also die Sinus ist noch sauber was macht die Endstufe an welcher Last und inwiefern stimmt es mit den Angaben des Herstellers überein ja bis zum nächsten Mal haut rein und lasst es ordentlich brummen im Auto tschüss